Auf geht's, Clownbonus. Abo-Wunsch von, ich weiß es nicht mehr von wem, Alter. Bei dem Spiel, weißt du, auch echt easy. Eine Million Jahre, ich muss nicht mehr viel rausgehen. Was heißt? Wer ist? Ja, ich würde noch sagen, 120. Bloßartig. Ich glaube da nichts. Ich würde gerne achten. Ja. Ja, als ob ich 200 machen, dann machen wir mal einen Kart. Ich würde dieses Spiel machen. Drei Kreuzer hätte ich einen Scherz. Der Boss. Der Boss wollte unbedingt das Tod im Stief. Ballert nicht so hart. Kann, aber bei uns halt irgendwie gefühlt nie. Dinger. Drei Mal, ich lass mich hoch. Ich dachte schon. Hm? Ich dachte schon. Das wär das noch gewesen, ne? Das läuft halt aber alles nur über Leiter, nicht über Bilder. Wie man sieht. Man kann es gut. Ja. 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 Und ich lass mich immer ein paar Dreher machen. Ich finde eigentlich so ein 80er Bild, ja auch mal schön. Kannst du gleich schneiden nachher zu Hause, ne? Naja, klar. Das müssen wir zum Beispiel schon mal rausschalten. Wie willst du noch spielen? Nicht. Nicht, dass du uns sieht jetzt. 5,7,3. 3,4,3. Das ist halt ein Beginn. Jetzt regen sich die Leute auch immer wieder auf, dass man nur 10 Euro bei dem Spiel gespielt hat. Kommt halt nix. Ja, klar. Einge den Button mal. Ich bin ja hör mal auf. Kann ich drauf jetzt mal drehen? Eins, zwei, drei. Nette Symbole. Nette Symbole. Dieформale. Das ist ja auch ein commentär. Sorat! Die Teinigsb plht neighbor. Ich muss aber firen, sie nicht raus. Sahaja, ich muss auch das Sollte So Leute, der Grund, warum man dieses Spiel nicht mehr spielen sollte, das ist das Beweisgebiel. Kurs. Ja, ich sag, ich weiß ob. Die Leute, sie kriegen hier halt wieder 1.000 Spiele bei diesem L2-Level. Meine Kappe wollen wir noch sehen, ne? Ja, kann ich auch sagen. Also guck mal, wir verbrennen hier für Abo-Wünsche Geld. Ich hoffe, dass wir es jetzt scherzen. Und, 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 und. Ja, hab ich jetzt fast wieder. Ja? Oli. Ja. Sonnenkäfer bist du? Ich kassier euch lang. Dann läuft Sonnenkäfer. Auf Karte. MagicMongRaspotin auch als Abo-Wunsch, nur als Beweis, aber läuft eh nicht. Aber er läuft hier. So. Nein, 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 warte. Es geht um den hier. Ich habe den Karte dabei. Auch wenn man macht einen Kartei und du dann dann etwas Knitzen. Ich hab die Kartei und du dann denkt, was du nicht zu mirid. Ich habe den Kartei dadurch auch eine riesige Zeit, nicht zu mir. Ich habe den Kartei beim Kartei im quer.